Tolle Neuigkeiten für leidenschaftliche Fans von Borussia Mönchengladbach? Manu Kone, ein talentierter Mittelfeldspieler und Schlüsselspieler der Spielstrategie, hat einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu seiner vollständigen Genesung gemacht. Nach Informationen der Rheinischen Post absolvierte Kone an diesem Mittwoch das komplette Mannschaftstraining. Die Nachricht kommt nach einer kurzen Phase, in der der Spieler aufgrund von Muskelproblemen pausieren musste, was zu einer individuellen Trainingseinheit am Dienstag führte. Seine volle Teilnahme an den Trainingsaktivitäten der ersten Mannschaft an diesem Mittwoch zeigt jedoch, dass Kone positive Fortschritte bei seiner Genesung macht. Kones Rückkehr ins Volltraining ist besonders relevant angesichts des bevorstehenden Spiels gegen den FC Bayern München, das für Samstag um 15 Uhr und 30 Minuten angesetzt ist. Seine Anwesenheit im Team könnte entscheidend sein, um gegen einen so starken Gegner anzutreten, und die Nachricht weckt bei den Fans Optimismus, ihn in Aktion auf dem Platz zu sehen. Manu Kone, bekannt für seine technischen Fähigkeiten, seine Spielvision und seine Fähigkeit, im Mittelfeld einen Unterschied zu machen, ist einer der Favoriten der Fans. Seine Energie und sein Engagement auf dem Spielfeld sind unbestreitbar und die Nachricht von seiner Genesung wird von den Fans sicherlich mit Begeisterung aufgenommen, die sehnsüchtig darauf warten, ihn wieder in den Farben von Borussia Mönchengladbach erstrahlen zu sehen. Während wir uns auf das anspruchsvolle Duell gegen den FC Bayern München vorbereiten, sorgt die mögliche Aufnahme von Manu Kone in die Startelf für zusätzliches Selbstvertrauen. Was erhoffen Sie sich als Fan von Kones Rückkehr? Welchen Einfluss könnte Ihre Anwesenheit Ihrer Meinung nach auf das Spiel gegen die Bayern haben? Teilen Sie Ihre Erwartungen und Stimmung in den Kommentaren unten mit. Das Gespräch ist offen und wir wollen die Meinung der Fans hören.